Am 5. März startet die Bewerbungsphase für den Cäsar 2018. Nominieren Sie ab sofort Kunden, Kollegen, Partner oder Vorgesetzte, die durch hervorragende Leistungen in einer der sieben Kategorien einen Cäsar verdienen. Sie können jetzt Ihre Favoriten nominieren in den Kategorien Bauträger, Immobilienverwalter, Immobilienmakler, Immobiliendienstleister, Immobilienmanager, Small Diamond und Cäsar International. Aus Ihren Bewerbungen wählen wir die Verbandsjury je drei Finalisten pro Kategorie aus. Schon neugierig geworden? Wer unsere Gewinner sind, erfahren wir alle gemeinsam bei der Preisverleihung am 18. September im Schlosstheater Schönbrunn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017